Also, wir müssen Kühe zum Scheißen bringen, um dann einen Scheißewall zu bekommen. Die Musik heute hier ist so klasse manchmal. Was ist der Fix? Sag mal her. Sehr gut. Mensch, Domi! Ja, Entschuldigung, ich kann mich gerade nicht zurückhalten. Ah, richtig, ich sehe keinen Puh hier, oh, hey, uh, Entschuldigung, hallo? Ja, du, äh, hm. Ha, 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 ha. It sounds pretty strange, but... Ha, 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 ha! Oh. Ha, 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 ha. I don't like red! Weh, ah, ah, I ate white! Red, go away. Wow, take it here like red. But, I don't see anything red around. Oh. Will ich dann wieder gehen? Oh, der hat's schon nicht einfach. Yeah, yeah. Konitzelt Dann bin ich mal zum Kack. Nee, ich nicht, die Kühe. Ja, die Kühe, ja. Hast du jetzt auch, äh, scheiße? Ja, ich seh's gerade. Ich hab' einen scheiße Ball hier raus. Ach so ein billiger Botwiz. Sie haben bloß billige Witze drauf, Domi. Das ist schlimm. Hab's denn trotzdem Lust? Ja, das ist Donkey Kong pur. Das ist, glaube ich, jeder zweite. Hm, genau. So. Dann machen wir das doch mal. Wie bekommen wir Kühe her? Und vor allem, wie bekommen wir sie zum Kacken? Die Frage. Wird jetzt beantwortet. So weit. Pflaumensaft. Was passiert bei Pflaumensaft, Domi? Dr. Domi? Nun, Logik wird genug. Irgendetwas, das trinkt, wird die schreitenden Schäuze. Hm. Ah, das sieht so genau wie ein Pferd. Und da haben wir eine Ball. Ja, ich denke, ich kann es verstehen. Oh, was? Ah, die Kugel. Das könnte sinnvoll sein. Ja, das sieht so aus, als ob ich eine kleine Pferde im Kontrollen brauche. Auch wenn du siehst. Hm, das mal wieder, ist das? Oh, ich sehe, Boogaloo ist das hier wieder. Hm, ich weiß. Oh, ein schöner kleiner Pferd. Das ist etwas mit ein bisschen Schraub. Nein... Ein riesiges Licht an der Erde. Abgebrochen, voller. Geh, du Scheiße, junger Mann! Oh Gott, ich habe mich jetzt ziemlich verloren verloren. Ich werde hier ein kleines Meanderer gehen. Hm. Eigentlich fühle ich mich ein bisschen schmerzen. Ich habe mir gedacht, dass du das Schmerzen wirst. Das Schmerzen klingt so schön. Das sieht ziemlich schön aus. Sieht aus wie Kranberry-schmerzen. Schön. Hm, ein bisschen Schmerzen. Oh, noch ein bisschen mehr. Oh, mo. Oh, oh, oh oh. Oh, we slapen ein Screamin'. Sheets her! I'm out of here. Oh, ich sehe. Das ist sehr viel von Dignified. Oh, ich hoffe, dass ich vielleicht noch ein paar Blätter sehen werde. Ich werde es nicht mehr enden. Oh, 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 das ist so... Oh, hey, so ein Blitz! Oh, das ist... Oh, ich werde einfach hier für ein langes Mal denken, wenn ich immer noch nicht. Es sieht aus, dass du jetzt bereit bist, um zu gehen. Gut, so kriegt man auch ne Kuh weg. Oh ne! Was geht denn ab? Wo ist die Kuh? Wo ist die Kuh? Da ist sie. Schaffen wir noch. Wo ist die Kuh? Ach ne, die muss ich jetzt zweimal. Oh, oh. Ne, das war's nicht. Das fand ich gut. Verdammt. Was ist das? Das war's nicht so. Was ist das? Na, das ist schon. Ja, sie kommt jetzt. Nein! So, jetzt kommt die letzte Kuh. Dreimal biezen. Richtig. So, jetzt kommt die nächste Kuh. So, jetzt kommt die nächste Kuh. So, jetzt kommt die nächste Kuh. Ja, ja. So, komm her. So, jetzt kommt die nächste Kuh. 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 So, jetzt kommt die Hinge. So, jetzt kommt die nächste Kuh. Ja, ich fühle mich viel stärker. Ja, ich brauche diese nicht mehr. Und wenn ich viel stärker bin, dann sollte ich in der Wasser sein können. Hm, wie würde ich das tun? Mal schauen. Press B. Und das sollte mich submergen. Dann, einmal auf der Wasser. Halt runter, B, um zu schwimmen. Find die Kontrolle in der Richtung, in der du gehst. Das ist es. Ähm, sind Sie sicher, dass Sie das haben? Ja, und da holen wir uns vielleicht noch ein bisschen Geld. Ich hätte beim Asiaten nicht essen sollen, oder? Ja, das ist... Ja. Ach, Moment, warte mal. Nee, ich muss ja zurück. Ja, aber leider, ich kann jetzt was schwimmen. Durch den Puh. Moment. Ich bin falsch. Ich will nicht ertrinken. Ich will den Scheiße ertrinken. Das ist so jämmerlich. Nichts. Ja, komm mal hoch. Hier bin ich, du grüßige Basterde! Ja, ich muss das machen! Und ich sollte endlich mal in mein nächstes Mario-Video hochladen! Ja, mach das mal! Das hast du schon längst aufgenommen und schon lange! Ja, da ist es! Da oben! Big Ball of Poop! Oh, danke! Du bist willkommen zu mir! Ja, danke!